Servus liebe Freunde heute sind wir wieder am Start. Heute reden wir über den Australian Silky Terrier. Der Australian Silky Terrier wurde um 1870 von Australien nach England gebracht und dort mit einem Danny Diamond Terrier gekreuzt. Später wurde er wieder nach Australien gebracht und dort mit einem Yorkischen Terrier gekreuzt. Der Australian Silky Terrier wurde erst 1959 als seine eigene Hunderasse anerkannt. Dieser Terrier wurde als Begleithund gezüchtet, ist aber für viele ein Schoßhund. Der Australian Silky Terrier wurde in den USA und Kanada eher bekannt als in Europa. Die Silky Terrier sind nette, aufgeweckte Hunde, die ihren Besitzer gegenüber liebevoll sind, Fremden aber distanziert und wachsam begegnen, wobei das Gebell schon störend wirken kann. Das Haarkleid ist verfilzt, leicht und erfordert tägliches Bürsten und Kämmen. Da den Silky Terrier eine dichte Unterwolle fehlt, behangt er im kalten Klima nicht sehr. Diese Silky Terrier ist sehr gut für Allergiker geeignet, der keine Unterwolle hat und somit nicht hart. Und jetzt eine kleine Kurzfassung. Der Australian Silky Terrier ist ursprungs aus Australien. Er wird zwischen 22 und 24 Zentimeter groß, wiegt zwischen 4 und 5 Kilo, wird bis 14 Jahre alt und wird als Begleithund benutzt, ist für die Wohnung geeignet, braucht mittlere Pflege, braucht viel Auslauf und ist ein guter Wachhund. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie einfach in die Kommentare und ich werde sie beim nächsten Video beantworten. Und das war's auch schon für heute. Bis zum nächsten Mal. Servus!